Wir schreiten nun zur Verlosung der Spendenaktion, gemeinsam sind wir LASK, gemeinsam helfen wir. Es geht um dieses signierte LASK T-Shirt. In der Glasschüssel sind alle Spender, die sowohl das Kennwort LASK und die Adresse angegeben haben, damit wir sie erreichen können. Und wir ziehen jetzt sozusagen den glücklichen Gewinn oder die glückliche Gewinnerin, mischen das noch einmal kräftig durch. Und hier haben wir den Hans-Peter Schachinger, der das LASK T-Shirt gewonnen hat. Ich darf es in die Kamera halten. Wir gratulieren Herrn Schachinger recht herzlich. Wir bitten den Herrn Schachinger, melden Sie sich bei uns, damit wir auch versuchen, sie zu erreichen, damit wir eine schöne Übergabe machen können. Gleichzeitig möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die bei dieser Aktion mitgemacht haben und somit die Aufgaben der Krebshilfe Oberösterreich unterstützt haben. Ganz im Sinne, aus Liebe zum Leben. Danke sehr.